Wir sind hier am höchsten Punkt unserer Wanderung, da vorne ist der Remsteinkopf, da waren die ganz Mutigen oben, hinten sieht man den Gründeck, Elmaualm, Weißalm, hinten die Enskraxe, da vorne der große Schneibenstein und da dahinter der Runde ist der Traugstein und vorne die zwei kleinen Spitzen ist das Filzmoos Hörndl und da ist gerade die Gruppe vom Sepp oben, die gehen dann den Kamm weiter runter bis zu uns her, schaut mal her, meine Herrschaften, Juhu, Ah, der Gegenfotograf, wir haben das Spektiv aufgestellt, aber es ist leider kein Wild zu sehen, müssen wir nochmal hoch, wir haben nur zwei Füße hier, ja genau und da hinten, da hinten schauen wir nochmal, da sehen wir den Schuhflecker, hinten und dann das Skigebiet von Großalm mit dem Kreuzkugel, beim Wandern zu müde, aber dann geht es rund hier in der Hütte, noch eine Einlage bitte, geht schon? Geht schon, gollo, juhuui, tut gar nicht weh, fall, ein da, das ist gut, aber dann geht es aber nicht, was das so, ich bin ja da, ich nehme die Güte, die YouTuber, die sich über die Hütte, noch ein bisschen mehr und ein bisschen eine große Rolle spielen nicht vor indem ich Think, das ist gut, dass alles nicht so, wenn ich Vielen Dank. 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 Vielen Dank.